Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den iRobot Roomba Combo i8 i8-10670 Saug- und Wischroboter vor. Den Link zum Produkt mit dem besten aktuellen Angebot sowie zu den Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der iRobot Roomba Combo i8 ist ein fortschrittlicher Saug- und Wischroboter, der euch das Reinigen eures Zuhauses erheblich erleichtert. Mit seiner 2-in-1-Funktion bietet er sowohl leistungsstarkes Saugen als auch effizientes Wischen und sorgt so für eine gründliche Reinigung. Ein herausragendes Merkmal dieses Modells ist der zusätzliche Auffangbehälter mit integriertem Wischpad. Dies ermöglicht es dem Roboter, nahtlos zwischen Saugen und Wischen zu wechseln, ohne dass ihr eingreifen müsst. Der Wechsel der Behälter ist einfach und schnell erledigt, was die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit erhöht. Der Roomba Combo i8 nutzt die iAdapt 3.0 Navigation mit WebSlam-Technologie, die eine präzise Kartierung eures Zuhauses ermöglicht. Dadurch weiß der Roboter immer, wo er bereits gereinigt hat und wo er noch hin muss. Mit der intelligenten Raumerkennung kann er spezifische Räume oder Zonen gezielt reinigen. Ein weiteres Highlight ist die Steuerung über die iRobot Home App. Mit der App könnt ihr den Reinigungsplan erstellen, den aktuellen Status überwachen und sogar Sprachbefehle über Amazon Alexa oder Google Assistant geben. Dies macht die Bedienung besonders komfortabel und flexibel. Der Roomba Combo i8 verfügt über eine leistungsstarke Saugleistung, die mühelos Schmutz, Staub und Tierhaare aufnimmt. Die dualen Multibodenbürsten passen sich automatisch an verschiedene Bodenarten an, egal ob Teppich oder Hartboden. Das Wischsystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers und hinterlässt saubere und streifenfreie Böden. Die lange Akkulaufzeit des Roboters ermöglicht es ihm, auch größere Flächen in einem Durchgang zu reinigen. Nach getaner Arbeit kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen und für den nächsten Einsatz bereit zu sein. Zusammengefasst bietet der iRobot Roomba Combo i8-870S Saug- und Wischroboter eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für die Bodenreinigung. Wenn ihr nach einem zuverlässigen und vielseitigen Reinigungsroboter sucht, der euer Zuhause gründlich saugt und wischt, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Schaut in die Videobeschreibung, um den Link zum Produkt mit dem besten aktuellen Angebot und zu den Kundenbewertungen zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.